zu genießen. In ihrem aktuellen Projekt singt sie für Produzent Alex Christensen gerade den New Dance-Hit Another Night neu ein. Und auch wenn die Sängerin nicht mehr an ihre einstigen Erfolge anknüpfen kann, Aufführung kommt für sie nicht in Frage. Ich meine, es gibt so viele Pläne für die Zukunft. Es ist viel in Arbeit. Anastasia musste unzählige Male kämpfen. Um Akzeptanz, um Erfolg und schließlich um ihre eigene Gesundheit. Doch die Powerfrau hat all diese Kämpfe für sich entschieden. Mit unglaublichem Mut und eisernen Willen. Anastasia ist eben eine Künstlerin, die auf viele Weise die Welt bewegte.